Liebe Oma, das ist vom Andi, alles Gute zum Muttertag. Jesus, ist das wirklich. Das ist ein Ottifant zum Kuscheln beim Schlafen. Ist das süß, ja das wäre ich auch wirklich ins Bild nehmen. Ist das weich und süß. Ein Hut hat er auch auf Untertick, ist süß. Mein Gott. Schön, Andilein, danke. Ja, dann guck ihn halt an, Andilein, danke. Ach so, da sieht er mich. Er sieht dich jetzt dann so als Film. Das ist schön, mein Gott, diese Technik ist schon toll. Vielen Dank, süß. Den welchen Spitzel. Goldig, was es heute alles gibt. Und da denkt er an die Oma. An die alte Oma ist der süß. Danke, Herzeli. Danke. Vielen Dank.